Yo, Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Freunde, Matchetalks und Reactions sind jetzt erstmal an Akta gelegt, bis Januar leider. Deswegen wird es jetzt wieder News, Content etc. auf diesem Kanal geben. Deswegen habe ich mich heute dazu entschieden. Ich werde heute ein Video machen, wo wir darüber sprechen, auf welchen Positionen sollte der FC jetzt im Winter nachlegen, warum und kann der FC das überhaupt finanziell. Ich denke, dass es mal wichtig ist, darüber zu sprechen. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, aufgrund der letzten Spiele hat man gesehen, dass man auf der einen oder anderen Position auf jeden Fall was machen muss. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein in meine Analyse, was dem FC fehlt und was wir verbessern sollten, damit wir in der Rückrunde eben ohne Abstiegssorgen eine stabile Saison zu Ende spielen können. Ja, in erster Linie muss man, glaube ich, sagen, geht es erstmal darum, dass die Verletzten wiederkommen. Ich denke jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel an Sebastian Andersson oder Dimitros Limios denken, die werden noch länger ausfallen und die haben ja sowieso nicht mehr so das Sending und so die Rolle gespielt in unserer Mannschaft, dass die uns noch wirklich viel geben könnten. Dasselbe muss man leider, das würde ich aber noch in Klammern setzen, weil der Junge das Potenzial hat, trotzdem über Tim Lemperle sagen, weil auch er halt komplett hinten dran hängt und auch leider die ganze Zeit ausfällt. Deswegen würde ich eher die anderen nennen, wie Marc Uth, wie Dejan Lovicic. Die werden dann auf jeden Fall zurückkehren und werden der Mannschaft dann hoffentlich gerade in der Vorwärtsbewegung noch ein bisschen Power geben. Trotz allem haben wir zwei Positionen, meiner Meinung nach, die sehr verkannt sind, wo der FC auf jeden Fall etwas tun muss. Dann gibt es noch eine dritte Position, wo es in meinen Augen auch nicht ganz reicht. Da werden wir aber dann am Ende zukommen, denn die erste Position, die ich für mich habe, wo ich sage, da sehe ich in dieser Saison unfassbare Schwächen, ist die Rechtsverteidigerposition. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber Schmitz hat es ja letzte Saison gut gemacht und letzte Saison hat er zig Vorlagen gegeben und auch diese Saison hat er einige gute Spiele dabei. Ja, da bin ich auch bei. Trotz allem habe ich irgendwie so das Gefühl, dass seit der Verletzung, die Benno Schmitz Anfang der Saison hatte, er nicht mehr irgendwie so derselbe ist, wie er vorher war. Zieht teilweise nicht mehr komplett durch, teilweise macht er Schipp-Pass ins Nichts, wo niemand steht. Das sind halt so Kleinigkeiten, die ihn aber irgendwo letzte Saison ausgezeichnet haben, die ihm halt diese Saison irgendwie abgehen und sein Back-up ist halt kein Rechtsverteidiger. Also Kingsley Schindler ist bei weitem für mich kein Rechtsverteidiger. Er ist jetzt auch nicht der krasseste Flügelspieler ever. Trotz allem hat er für sich eher seine Stärken, meiner Meinung nach, im rechten Mittelfeld. Und gerade jetzt in Spielen wie gegen Leverkusen oder auch gegen Hertha, gegen Luke Bakio, hat man gesehen, wenn ein technisch versierter, schneller Flügelspieler auf ihn zuläuft und er als Verteidiger verteidigen muss, kannst du es einfach knicken. Es gab einzelne Spiele, da hat er es gut gemacht, das würde ich auch gar nicht sagen. Beispielsweise die Conference-League-Spiele gegen Sovacco hat er es nicht schlecht gemacht. Aber auch hier müssen wir ja oder sollten wir über die größten Strecken der Saison jemanden haben, der das souverän macht und wenn man sich alle Spiele unterm Strich anguckt, ist Schindler eben einfach kein Rechtsverteidiger und hat es unterm Strich wesentlich öfters nicht gut gemacht, als er es gut gemacht hat. Und Schmitz ist halt leider auch diese Saison komplett unkonstant. Und deshalb würde ich für meinen Teil mir einen Rechtsverteidiger wünschen, jemanden, der das spielen kann. Oder wir geben eben aus der Jugend einem Touré oder einem Strauch die Chance, dass er sich da mal beweisen kann. Denn so wirklich souverän und glücklich werden wir mit den beiden auf dieser Position in meinen Augen nicht. Dann kommen wir zur zweiten Position und ich glaube, da sind sich wirklich alle einig, die Stürmerposition. Die Stürmerposition, ich habe am Anfang der Saison gesagt, dass ich glaube, dass die Jungs, die wir haben, das können. Warum, kann ich euch auch ganz einfach begründen. Tigres hat die Spiele bei Dortmund, wo er reinkam, eigentlich gut Dampf gemacht. Florian Dietz war in der U21 eigentlich immer souverän dabei mit einigen Toren und war damals auch in Unterhaching eine absolute Tormaschine. Deswegen habe ich gedacht, du kannst diese Jungs auf jeden Fall noch ein, zwei Schritte weiterbringen, wenn du sie halt entwickelst und das Spiel auf sie zuschneidest. Das Letztere ist nicht passiert. Es wurde 0,0 das Spiel auf sie zugeschnitten. Gerade Florian Dietz hat er seine Stärken am Fuß. Der hat dann trotzdem eher hohe Flanken bekommen, wenn er gespielt hat. Tigres hat eigentlich die Kopfballstärke, hat man im Spiel gegen Dortmund gesehen oder eben damals beim BVB gesehen. Nur er hat halt 0,0 den Riecher und das Stellungsspiel. Und dann muss ich sagen, ist man eigentlich auch als Coach gefragt, dass man dem Jungen dann beibringt, hör mal zu, da und da musst du stehen. Wir wissen es alle, gerade Tigres ist sehr oft in den Spielen dann auf dem Flügel ausgewichen. Und das ist halt genau das, was du als Mittelstürmer halt nicht machen darfst. Zumindest, wenn du ein Spielertyp bist wie Tigres. Jemand wie Cordoba zum Beispiel damals, ihr wisst es, der konnte auch immer mal wieder nach außen ausweichen, weil er eben das Tempo und die Füße es hatte, dann auch mal mit dem Ball 10, 15 Meter zu gehen und die Technik noch dazu, was Tigres halt eben nicht hat. Deswegen haben die Jungs beide leider nicht das gebracht, was ich mir von ihnen versprochen habe. Und ein Sages Adamian, der jetzt die letzten beiden Spiele im Sturm gespielt hat, hat in der Szene gegen Hertha gezeigt, wie es ist, einen Ball übers Tor zu schießen, der schwerer übers Tor zu schießen ist, wie ins Tor zu schießen ist. Werde ich, glaube ich, wenn ich eines Tages ins Grab gehe, immer noch nicht verstehen, wie man den nicht reinmachen kann, aber sei dahingestellt. Ja, auch auf außen ist er verloren, weil er meiner Meinung nach einfach nicht die Flankenqualität hat, um da einen Stürmer in Szene zu setzen. Ja, und als Zehner wird immer wieder gesagt, sollte man ihn spielen lassen. Allerdings, wenn alle Leute, wovon wir ja hoffentlich dann ausgehen, in der Rückrunde fit sind, mit Lubitschitsch und Uth haben wir da zwei viel bessere Möglichkeiten als Adamian. Deswegen kommt sowohl Adamian als auch Tigres und Dietz nicht über die Joker-Rolle hinaus. Dietz wird sowieso jetzt bis Saisonende leider ausfallen. An dieser Stelle noch einmal gute Besserung. Ich bin trotzdem der Meinung, für mich persönlich, dass ein Flo Dietz sich auf jeden Fall mehr reingehangen hat, wie beispielsweise ein Tigres, weil in vielen Situationen sieht man beispielsweise beim Tigres, wenn ein Ball hoch auf ihn zukommt und zwei Leute stehen vor und hinter ihm. Er versucht nicht mal zu schieben oder jemanden zu schubsen oder überhaupt hochzugehen. Das ist was, das hat Dietz wenigstens versucht, auch wenn da auch nicht viel mehr ertragbar rumgekommen ist, leider. Ja, und deswegen brauchen wir jemanden auf der Stürmerposition. Und was für jemanden sollten wir meiner Einschätzung nach holen? Da wir es in dieser Saison meiner Einschätzung nach nicht schaffen, so gefährliche, präzise Flanken zu schlagen wie letztes Jahr, auch wenn wir immer noch mit Abstand die Mannschaft mit den meisten Flanken sind, bringen wir trotzdem bei weitem nicht mehr so gefährliche Flanken wie letzte Saison meiner Meinung nach. Also wir haben jedes Spiel bestimmt vier, fünf Flanken, die quer durch den Sechzehner an der anderen Seite ins Ausfliegen. Deswegen ist halt die Frage, lohnt sich wirklich dieser hundertprozentige Wandspieler, den du halt vorne hoch anspielen kannst? Und da sage ich ganz ehrlich, meiner Meinung nach persönlich nicht. Warum? Weil dadurch, dass die Flanken eben nicht mehr so präzise kommen wie letztes Jahr und Baumgart ja, auch wenn ich das natürlich auch hinterfrage, aber trotzdem immer noch sein Anlaufverhalten haben will, glaube ich nicht, dass ein reiner Wandspieler uns da hilft. Es ist ja beispielsweise jemand wie zu Rodde und Selke im Gespräch, wo ich persönlich sage, die sind für mich beide keine richtig hundertprozentige Verstärkung. Deswegen denke ich, sollten wir eher einen Spieler holen, der über die Laufstärke kommt, der eine gewisse Physis mitbringt, der halt vielleicht auch mal per Kopf einnicken kann, der aber unserem Spiel aufgrund der Physis und der Laufstärke einfach eine bessere und vielversprechende Variante bietet. Und da sind ja die anderen beiden Namen, die gehandelt werden, John Cordoba und Sven Mischel von Union. Und ich denke, dass die beiden, dass deren Qualitäten eben genau das ist, was meiner Einschätzung nach gesucht werden sollte. Nämlich ein Stürmer, der Laufstärke mitbringt, einer, der trotz, dass er jetzt nicht der großgewachsenste ist, eine ordentliche bis sehr gute Physis hat. Und ich glaube, dass diese Spieler uns mehr geben können als der reine Wandspieler. Denn holst du einen reinen Wandspieler, ist der halt wieder auf die Flanken angewiesen. Und die müssen wir dann halt auch erstmal wieder hinbekommen, dass die auch wieder besser kommen, weil so sehr Dietz, Ticke, so ein Damen in der Kritik stehen, trotz allem gab es diese Saison meiner Meinung nach wesentlich weniger gute Flanken als letzte Saison. Es gab auch einige gute, die Tickets oder Dietz dann auf den Torwart oder in die Arme geköpft haben. Ja, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber davon abgesehen weiß ich nicht, ob der Wandsstürmer uns jetzt wirklich bringt. Weil ich bin der Meinung, der Stürmer, der jetzt kommen sollte, da wir ja noch 19 Spiele in der Bundesliga haben, bin ich der Meinung, der sollte schon 8-10 Tore machen können und eigentlich auch müssen. Und bei einem Teroddo oder bei einem Selke wissen wir, die haben es in der Bundesliga noch nie geschafft, 8-10 Tore zu machen. Und ich glaube halt auch nicht, dass sich das bei uns ändern würde. Deswegen muss ein Stürmer her, wie gesagt, meiner Ansicht nach einer, der physisch ist und der halt auch eine gewisse Laufstärke mitbringt. Und das ist auf jeden Fall die Position noch eher als die Rechtsverteidiger-Position, wo wir eben was tun müssen. Auch wenn wir die dritte schlechteste Abwehr der Liga haben. Und ich glaube, wenn die Jungs in Form sind, wenn auch ein Hübers nicht so überspielt ist, dass wir da defensiv auf jeden Fall besser spielen können. Die dritte Position, die ich in diesem Video nennen möchte, ist die Innenverteidiger-Position. Das setze ich halt so in Klammern, weil es ist halt gerade so, wie ich gesagt habe, wenn die Jungs nicht überspielt sind, wenn sie eben fit sind, glaube ich schon, und dass man da besser spielen kann. Wir haben vier Innenverteidiger im Kader. Timo Hübers ist unser bester Innenverteidiger meiner Meinung nach, da er auch die Spielintelligenz und das meiste Tempo natürlich mitbringt. Dazu haben wir Luca Kilian, Jeff Chabot und Nicolas Soldo. Dazu muss ich euch sagen, Jeff Chabot bin ich leider, ohne den Jungen jetzt zu disrespekten, aber von Anfang an irgendwie kein Fan von gewesen. Der bringt für mich persönlich kein Potenzial für die 1. Bundesliga mit. Und dann hast du Luca Kilian und eben Nicolas Soldo. Kilian letzte Saison wirklich eine richtig gute Saison gespielt. Diese Saison hängt er komplett in den Seilen. Ich würde trotzdem sagen, dass er, wenn er in Form ist, Bundesliga spielen kann, denn das hat er letzte Saison gezeigt. Er ist allerdings in dieser Saison bisher komplett von der Kette und deswegen müssen wir über Nicolas Soldo reden. Der auch einige Fehler drin hatte in seinem Spiel, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Trotz allem reden wir hier über einen Spieler, der aus der kroatischen Liga kam für verhältnismäßig wenig Geld, sage ich mal, der sich auch noch entwickeln wird. Und ich halte Nicolas Soldo gerade im Aufbauspiel jedenfalls besser als Luca Kilian und glaube, dass wenn man Soldo die Chance gibt und er in der Rückrunde mehr Spielzeit bekommt, er sich da auch noch entwickeln kann. Halt es aber auch für möglich, dass Luca Kilian wieder zur Form findet und dann in der Rückrunde solide spielen kann. Deswegen würde ich diese Position in Klammern setzen, weil ich schon glaube, dass wir neben Hübers einen von den beiden haben, der das vernünftig spielen kann. Und dann muss man im Sommer neu nachdenken, wie man sich dann positioniert, denn Chabot ist ja dann bis Sommer ausgeliehen und ich persönlich für meinen Teil hoffe, dass man da die Kaufoption nicht zieht und sich dann einen vierten neuen Innenverteidiger holt und vielleicht jemanden sogar mit Stammpotenzial, der dann eben neben Timo Hübers spielen kann, sollte Timo Hübers, was wir natürlich alle hoffen, beim FC bleiben. Das waren in jedem Fall, Freunde, ja, meine Positionen, wo ich sage, da muss der FC zwingend etwas dran tun. Wir haben natürlich auch auf anderen Positionen vielleicht kleine Lücken, wo man was besser machen kann. Da der FC aber ja eben, wie am Anfang des Videos gesagt, nicht viel Geld hat und man halt letztendlich nur die Einnahmen jetzt aus der Conference League hat, um Verträge zu verlängern und eben neue Spieler zu holen, wird es jetzt nicht möglich sein, drei, vier, fünf Spieler im Winter zu verpflichten. Deswegen würde ich sagen, sollte man den Fokus in erster Linie auf den Stürmer legen und wenn man dann noch jemanden bekommen könnte oder holen will, dann sollte man meiner Einschätzung nach einen Rechtsverteidiger holen, weil da brennt es beim FC auch und das haben gerade die letzten beiden Spiele meiner Meinung nach gezeigt. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Freunde, schreibt mir unten rein, auf welchen Positionen würdet ihr nachlegen, wo seht ihr die Schwächen unseres FCs und ja, lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls ihr neu seid und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer. Euer Fabio ist raus, haut da rein und ciao!